Wir öffnen die 10er-Box All-Star-History von den Challenges, die es gab. Die sind noch bis Dienstag, 17 Uhr, wenn ich richtig bin, noch 3 Tage, 19 Stunden, 19 Minuten. Wir sind gerade Freitagabend im Stream drin. Wir hoffen auf ein besseres Ergebnis als letzte Woche, als wir die andere Promo geöffnet haben. Die 10er-Box, die war gar nicht ergiebig. Das Beste waren irgendwie Plaketten. Und was können wir hier ziehen? In Kyle Kuzma können wir ziehen. Wir können Desmond, wie heißt der Typ? Nicht Desmond Bane, sondern einen Desmond Mason ziehen. Der hat ganz gute Werte, ist aber zu teuer, dass man sich den im Auktionshaus holt. Isaiah Ryder, Isaiah Thomas, Andrew Drummond, Pink Diamond, Damien Lillard, wäre natürlich Premium. Es gibt nichts unter Diamond. Die Pack Odds, habe ich schon in einem Video genannt, sind zum Kotzen Spieler mit einer 92-Plus-Wertung, also ein Diamond. Das, was in der Promo drin ist, 1,5%. Spieler mit einer 95-Plus-Wertung, also Damien Lillard, unter 1%, was unter 1% ist. Das weiß nur 2K, wenn überhaupt. Und deswegen versuchen wir jetzt einfach unser Glück. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Liked das Video, damit noch mehr Leute diesen Quatsch sehen. Und dann gucken wir mal, was wir in unseren 10 Packs bekommen. Das erste Pack ist natürlich kein Shake. Wir gucken auch, wie gesagt, wir gucken so ein bisschen auf die Plaketten. Wir bekommen einen Gems of the Game, Rodney Rogers. Okay, die sind jetzt hier auch dabei. Ich glaube, haben wir letzte Woche einen Gems of the Game dabei gehabt? Ich glaube nicht. Wir müssen immer davon ausgehen, dass hier nichts Gutes dabei ist. Einen Korbleger Mixmaster of Gold. Da gucken wir mal, was das wert ist. Ich glaube aber nicht viel. Das Ganze machen wir dann nach dem Video ganz in Ruhe im Stream. Wir bekommen einen Ruby. Hier jetzt einen Gems of the Game, wäre fein. Es ist Damien... 2K, 2K, das ist Troll. Das ist Troll von 2K. Wir ziehen Damien Lillard, aber es ist einfach Ruby Damien Lillard. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Wir ziehen das nächste Pack. Wir sind schon gleich bei der Halbzeit. Wir bekommen zwei Goldspieler. Das Einzige, was gut daran ist, ist, dass wir unsere Collection voll machen. Dass wir die nächsten 10.000 MT einsacken für die Collector Levels. Aber das ist wirklich armsehig. Eine Saphir Karte, wenn das ein Coach wäre, wäre fast schon besser, als wenn es ein Spieler wäre. Jamal Murray haben wir schon. Der wird gequickselled. Das sind irgendwie 500 MT, bringt leider gar nichts. Wieder eine Ruby-Karte. Es ist Jimmy Butler. Diese ganzen Unsellable Player, die bringen leider nicht viele MT's. Wir sind jetzt schon im siebten Pack. Das Pack Opening neigt sich in Ende zu. Wieder zwei Spieler, zwei Goldspieler gehen auch wieder in die Collection rein, sofern sie nicht doppelt sind. Kevin Love. Wir haben einen goldenen Basketball. Das müsste ein Preisball sein. Das bedeutet, da kriegen wir auch nochmal was raus. Die Frage ist, was ist es? Wenn es 500 MT sind, was es wahrscheinlich sein wird, dann bringt es auch wieder nicht viel. Ich hoffe, dass dieser Saphir eine Coach ist. Und es ist der Monster Bonus. Auch den haben wir schon. Und das müsste jetzt schon das letzte Pack sein. 10 von 10. Wieder ein Ruby. Jams of the Game. Jamal Rant. Jamal Rant ziehen wäre heute auch sehr geil. Die neue Promo Pink Diamond Jamal Rant. Aber da war hier in diesem Pack keine Chance dafür gegeben. Bronze Glove könnte geil sein. Da kann man auch mal gucken, was das wert ist. Und ansonsten müssen wir jetzt hier leider diese ganzen doppelten Karten abstoßen. Die Trikots packe ich ins Auktionshaus. Und alles andere wird gequickseilt für 1.800 MT. Also das ist das Mindeste an MT, das wir einnehmen für diese ganzen Challenges. Ich muss ehrlich sagen, ich habe für diese Challenges sehr, sehr lange gebraucht. Man muss wahrscheinlich sagen, dass sich der Outcome dafür jetzt nicht gelohnt hat. Aber ja, irgendwann wird vielleicht der Tag kommen, an dem wir eine gute Karte ziehen aus diesen Packs, wenn diese Challenges so nochmal kommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Habt ihr was Besseres gehabt? Habt ihr mehr Glück gehabt als ich? Und wenn nicht, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye. Bye.